Natürlich war es die Tür. Ich könnte ihn auch mal fragen, was sie gegen die EOD haben. Aus Wartungsgründen geschlossen wird geöffnet im DLC. Westerbrook hat hier zufällig das Buch von Frankenstein. Das ist doch absurd! Wie kann es fünf Monate dauern, mein Büro zu renovieren? Ich habe genug davon, in Gang zu arbeiten. Ich werde erst wieder einen Fuß zu dieses Gebäude setzen, wenn die Renovierungsarbeiten abgeschossen sind. Oder wenn sie mir Cavendish Büro geben. Sagen Sie das der Leitung. Für mich war es das mit dieser Fachs. Zutritt für unbefugte Verwuppen. Die Tür gibt nicht nach. Später. Erstmal gehe ich mir hier rein. Cavendish. Cavendish. Brüder und Schwestern. Durchgestrichen. Zu persönlich. Meine amerikanischen Mitbürger. Durchgestrichen. Sie sind auch amerikanische Bürger von Oakmont. Wie lange sollen wir noch dabei zusehen, wie diese fischgesichtigen Bast durchgestrichen? Diese Meeresgestalten durchgestrichen. Wie lange sollen wir das noch hinnehmen? Diese Vermeilerdeiten Degenerierten, die sich im IOD zusammengerottet haben. Durchgestrichen. Hä? Oh nein. Gleich. Hä? Warum ist dein Schlüssel drin? Oh, ganz dezent weist du mich darauf hin, dass ich bitte durch diese Tür gehen soll. Okay, ich hab den letzten... Die Tür gibt nicht nach. Sollte für die Fertigung eines Zweitschlüssels reichen. Der da kann ich mich wieder... Indem ich auf M drücke. George Cavendish, ein Professor an der Universität von Oakmont, war derjenige, der das Gift entwendete. Er fertigte einen Zweitschlüssel zum Lagerraum mit den Giftbeständen der Universität an. Einer seiner Studenten vermutet, dass er irgendwo im Bezirk Advent wohnt. Ja, der Typ drauf, ne? Da hat er es gesagt, ne? Schade, ich glaube nicht. Wie schön wir... ...winkelt das alles zusammen. Äh... Ich würde gern was genau... Ich wüsste, er leitet unsere Fakultät. Wie Sie bereits gesehen haben, interessiert er sich vor allem. Ja, sie... Ich weiß nicht, er glaubt, dass er kurz vor einer Bahn brechen. Manche Dinge, sie sind... Was können sie... Er gehört zu den brillantesten Köpfen, die wir hier... ...seine Kenntnisse in Biochemie suchen. Was hindert ihn da? Ich weiß es nicht genau. Irgendwelche Familie... Ich hoffe, er kann diese Probleme bald hinter sich lassen. Okay, danke. Man sieht sie. Er ist ja auch nicht so groß, der Ort. Ich kann ja nochmal nach Hinweisen gucken hier. Erdgeschoss, Empfang, Untergeschoss, Labor. Noch mal kurz klauen hier. Kurz... Ah, guck mal, jetzt kann ich hier was verdienen. Okay, ich hab 21 und 12 Schuss. Das ist schon mal... Wenig. Hier unten hab ich alles gefunden, ja. Drin war ja nicht so viel. Was wohl passiert, wenn man diesen Knopf drückt? Soll ich oder soll ich nicht? Ich weiß nicht, was da passiert. Sehr verlockend. Er macht es. Well, wenn ich nicht so viel. Untertitelung des ZDF, 2020 Das hat keiner gesehen, ja. Ich habe jetzt irgendwie nicht damit gerechnet, dass der wirklich aufsteht, sondern eigentlich nur, dass er sich irgendwie ein bisschen bewegt, aber andererseits Frankensteinsmonster halt. Oder auch durch Strom wieder lebendig. Okay, ich müsste jetzt nochmal die Adresse von ihm rausfinden. Vielleicht habe ich einen Studenten hier. Lassen Sie das! Es gibt schon fantastische Bücher. Finden Sie nicht auch? Ja. Eine Menge sogar. Ich fürchte nur, du hast es auf ein Buch abgesehen, was du nicht lesen solltest. Von dem irren Araber Abdul Al-Hazred oder Ahmed Al-Hazred, ich weiß nicht mehr, wie er vorne war. Ja, wer dann Dinge aufgeschrieben hat. Ich habe es auch noch nicht gelesen, weil das gibt es nicht. Aber Zeit zum Lovecraft Sache. Wo wollte ich jetzt eigentlich hingehen? Lass Sie übrigens nicht von den Geräuschen da unten stürmen. Alles ganz normal. Sollte für die Fertigung eines zweiten Geräusches sein, mit Schlüsseln reichen. Ich muss das Vieh da unmöglich kaputt machen, oder? Hast du den Zweitschlüssel jetzt hier oder nicht? groß genug drin. gut. gut. Der Giftdieb hat eine der drei Städte und vermutet, dass er irgendwo im Bezirk Advent wohnt. Ich muss ja rückwählen. Haltstaste. Wollte ich haben. Okay, das war's. Ich lasse den da rumlaufen. Den da oben stört er nicht, er kommt nicht raus. Auf zum Atem. Ich muss jetzt halt nur noch einen Studenten finden, der mir sagen kann, wo... Ja, aber du verkaufst ja keine. Kann einer von euch mir was erzählen? Okay, ich geh jetzt hier nochmal draußen vorbei. Wie groß ist der? Okay, ich bin hier hinten rum. Ich geh mal hier hoch. Moin. Aussehen oder was? Okay, jetzt muss ich's wissen. Kann ich hiermit irgendwas... Ich hab jetzt einen Wissenspunkt gekriegt. Aber jetzt zieht mir sowas keiner. Ich kann doppelt so schnell Fallen aufstellen. Eine Pistole ist mit einer zusätzlichen Patronung geladen, wo du mit einer 10% wahrscheinlich doppelt so viel Schaden verursachst. Ja, nehm' ich. Kriegsveteranen. Böse... äh, mit dem Gewehr verursachst mehr Schaden. Kannst einen Revolver schneller nachladen. Schrotflinte. Ich hab' ne Maschinenpistole. Gibt mir dafür mehr Kampf. Ich hab' mehr Patronen. Und... ...wieder natürliche Regeneration. Kannst für uns hat sich bitte die Begegenstände dann fertigen. Mehr Erfahrung, dann sind was länger beim Verstand. Okay... ...was dazugelernt. So... Hier spricht auch nicht mit mir. Schade. Ich kann anscheinend nur in das Gebäude da rein. Ich kann anscheinend nur in das Gebäude da rein. Okay, ich rede nochmal. Okay, nicht. Man sieht sich. ... 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 hier ist die universität und hier irgendwo rathaus und universität bibliothek aber ich könnte noch mal in die bibliothek gehen oder ich hatte gerade hoffen dass sie vielleicht aus versehen die studentin ist die mir helfen könnte aber ich gehe erst mal in die bibliothek da und dann finde ich da vielleicht noch was oder das dritte buch finden gedankenverwinkelungen verloren gegangen der einzige anwesende der baker street zwischen hurricane road, huracan road und ambrose street im süd aus dem reeds heils in der shine street zwischen der child's quid pro quo mein professor hat immer dagegen gesagt, dass einer seiner studenten vermutet dass er irgendwo in der wende wohnt ja dann müsste ich halt ich lauf jetzt einfach hier zur universität guck mal ob ich noch ein paar schnellreisepunkte finde um dann in naher zukunft nicht mehr so lange laufen ich muss jetzt geradeaus einfach mal sollte man hinfliegen wenn man schöner schnellreisepunkte ausschalten dann rücken wir sich wieder zwei in der nähe mir egal jedenfalls ist die ne große statue extra blatt, extra blatt, die wichtigsten wachrichten des tages extra blöd, extra blöd die halte noch gestaubt wieder her aus versehen gehe ich richtig gut oder auch nicht gut ich habe hier gleich einen schnellreisepunkt schön, dass die da oben auftauchen und ich sehe das jetzt erst hier also adventzentrum und ich darf jetzt hier in die bibliothek ich habe eine schere, falls sie das hilft entschuldigen sie meine neugier aber darf ich sie etwas fragen? mund? ja straffe lange geschichte ich bitte abermals um entschuldigung aber das kann doch nicht legal sein, oder? das sieht aus wie wie folter legalen auch meint ortsübliche sitte was hast du da für angestellt? ich würde gern einen blick in ihre bestandslisten werfen sicher, dort drüben und das war's? keine bezahlung, kein gemecker, keine gegenleistung? nee, öffentliche bibliothek zugang zu wissen für alle willkommen diese worte aus ihrem munde in dieser stadt? ich fasse es nicht warum ist die bibliothek in einem guten zustand? diese stadt erweckt nicht den anschein, dass bücher sehr gefragt sind außer zum verbrennen vielleicht wie kommt es, dass die bibliothek trotzdem in einem solch guten zustand ist? mr frogmorton geld hält alles in schuss tatsächlich das hätte ich nicht von ihm erwartet warum tut er das? er sagt die menschen brauchen hoffnung unterhaltung eskapismus mehr als je zuvor die bibliothek ohne seine hilfe nicht vorstellbar ok, äh, danke und ich will immer noch wissen warum ach egal manchmal, äh einfach benehmen mit wie wie wo van wir